hallo und schönen guten tag jo leute heute werde ich die drei messer verlosen die acht tage sind rum ich habe hier die liste mit denen die mitspielen da hat jeder nach eingang seines kommentars eine nummer ihr könnt ihr sehen und genau diese zettel sind auch hier drin mit der entsprechenden nummer und ich werde das jetzt noch ein bisschen durchspielen und dann werden wir mal die beziehung machen ich mache das jetzt nicht abhängig von den messern wenn ich irgendeinen da ziehe so hier guckt ich schicke die einfach raus ich achte da nicht drauf wer was haben wollte so ich muss das zuerst so ein bisschen damit ich mit dem arm auch drunter greifen kann so ich werde jetzt müssen und werde drei der zettel ziehen der rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen und dann sollten die hier gespielt haben oder ich schreibe euch an wenn es möglich ist wenn nicht wenn ich merke dass ich einen nicht anschreiben kann wenn ich einen nicht anschreiben kann musste mich eben selbst anschreiben so hier haben wir schon mal einen johls waren glaube ich 39 so ein messer wollten hier ist der nächste und wenn ich sie alle drei gezogen habe werde ich die namen bekannt geben so jetzt haben wir sie alle drei und dann möchte ich doch mal gucken das ist die nummer 16 der der waldemar becker hat ein messer gewonnen und die nummer 25 der mark schmidt hat ein messer gewonnen so leute ich werde euch jetzt in meinem schlauen büchlein hier markieren wo habe ich mein schreiber der ist natürlich weg wie immer so das war die nummer 11 der waldemar becker der waldemar becker wird markiert die nummer 16 der waldemar becker auf der gleichen seite und die nummer 25 25 der mark schmidt so leute ich werde die die zelle werde ich natürlich aufheben ich werde die leute anschreiben wenn das möglich ist wenn nicht am besten wäre es ihr würdet mir einen eine pn schreiben wo ihr mir eure adresse dann mitteil dass ich die messer auch ausschicken kann ja das wäre es gewesen verlosung der drei messer zweimal mora einmal hundervorst bis zum nächsten mal dennne tschüss